und da sind wir wieder zurück meine freunde zu hannike mit dem ollie von team kommando faust na wir kämpfen immer noch mit den unseren nutten im kampf gegen das geld oder gegen die fans wir haben aber gut geld schon lassen ich glaube für fans ist es jetzt fast schon zu spät das bringt höchstens noch durch die subscriber uns jetzt was junge mit dir nicht mehr gar nicht brauchte ich doch allen wäre es überhaupt die ganze zeit um scouten hier das ist schon fertig tatoo sind latina ach das ist doch scheiße bei dem nix anfangen gleich wieder eine neue hinlaufen bringt mir nix easy peasy lemon squeezy andre ist gut die raucht und trinkt war wie bescheuert da war arbeit bringt halt gut und ich mal gucken bringt das wirklich fans ein die hat sogar drinnen andre jetzt subscribe drin nach der fahrer vor mir gekämpft als reintritt soll ich 50 felsen zu kriegen wenn ich fertig ist und nachgucken Gucken wir mal. 85% haben wir gerade. Ja, aber es sind 50% Okay, die hat das nicht geskillt. Das ist bei Defendimera logischerweise. Testieren, wenn die schneller sammelt, interessiert mir alles eher wenig. Können wir hier mehr Fans machen oder hier mehr. Schwierig, machen wir lieber die Fans, der Rest ist ein bisschen Riss. Was machen wir denn mit euch jetzt hier? Die ganze Zeit nur die Leute. Ich hab gar nichts mehr von bei ihm, scheiße. Ja, kauf mal Drinks. Und 6 jetzt hier, so. I don't think so, Mama. Huge tits, Junge. Bring mir alles. Nix, jetzt geht etwas mit, was bringt. Flache Brust. Teen. Ich werde jetzt rekrutiert, aber von euch wird eh keiner wirklich zum Einsatz kommen. Alter Maul. Ihr seid alle so. Ihr müsst arbeiten gehen, für mich. Du bist 50 Fans. Ja, nice. Ja, Tiffany, du bist wie gesagt mein Steppenpferd gerade. Mit Abstand. Ja, ja. Volk von natürlich Andre. Aber ich bin es auf heute eingegangen. Es ist echt nicht verkehrt. Wenn du Subscribers hast, kannst du ruhig beides machen. Dann kommst du sowohl gut an Fans ran, als auch an Leute. Natürlich musst du nur aufpassen, dass du mit dem Geld auch dann hinkommst. Bei mir ist das Dreifeld natürlich locker. Kostet aber ein paar tausend an, am Ende des Zeils. Aber... Das geht. Vor allem aber. Ich glaube es lohnt sich nur, wenn ich so 2 oder 3 quasi dann miteinander verstehen, wenn du so willst. Ah, genau. Holt mir Geld. Nein, du musst arbeiten gehen. Ja, geh. Es ist halt so. So, gucken wir jetzt zum Kauf kriegen. Hoffentlich eins, was unseren Erwartungen entspricht. Sprich wieder, wie gesagt, Team, Flache Plus oder... Bei mir ist auch direkt ein Fetisch mit eingebaut. Ähm. Wollen wir gerade erstmal gucken. Fit haben wir schon mal dabei mit Huge Tits. Ähm. Würde auch gut Geld verdienen schonmal. Wollen wir mal ein guter Anfang. Die wir eigentlich ganz gut schonmal kennen. Sehr gut. Wollen wir mal ein Stück... Achso. Weil wir wahrscheinlich alles reingesetzt haben. Du bist nur so schlecht. Du hast 1000... Über 1000 Fans. Wie viel haben die denn? Okay 3000 logischerweise. Wie sieht's denn das mit den Fans aus gerade? Du bist doch fit oder nicht? Du hast 1000... Ja du hast 1000... Ja du hast 1000... Die haben noch diese Bondage ganze Kacke noch mit da drin. Deswegen haben die ja so viel. Ähm. Guck mal, was können wir dir dann geben? Die Bondage kannst du schonmal haben. Das habe ich leider gerade nicht ready. Du kannst aber gerne so einen Dome nehmen. Und mal ganz schnell hier reinflitzen. So dann kannst du dann schon ganz schnell da mal ein bisschen Geld machen. Äh. Hier geht das mal hin. Du kannst mal gucken, ob da noch so alles auf uns lauert. Könnt ihr bitte auch einen von euch austauschen, dass da noch so ein Teen reinkommt. Aber ich habe die leider glaube ich viel zu spät auch gekriegt. I can't. Fini. Die beschwert sich nicht beim Arbeiten. Die ganze Zeit alle rumheulen hier. Sehr gut. Oh Gott, da Geld fließt. Yep, I'm going. So jetzt machen wir auch mal ein bisschen Geld hier. Wir hätten am Anfang wirklich darauf gehen sollen, dass wir hier nur Leute einstellen, die miteinander kooperieren quasi. Den Rest hätten wir uns von Anfang an komplett sparen können. Äh. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall später noch. Und. 100 Cash. Ja, kann man machen. Mehr Ads. Ne. Sehr toll wie Sau. Der Chest. Fit ist nice. Der Rest ist Schrott. Zack, 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 zack. Vielleicht spiele ich das in Zukunft nochmal. Und dann aber. So. Dann schalte ich halt den besten Pokal krieg. Wahrscheinlich. Wenn ich den krieg. Ich weiß natürlich nicht wie schwer das wirklich ist. Wir werden ja gleich sehen. Vielleicht werden wir gleich sogar mit der Bronzwerte abgeschrieben. Heute ist sogar der letzte Tag. Ne, wir haben schon. Also heute ist der letzte Tag sogar. Wenn ich mich nicht vertue. Drei Wochen hast du doch gesagt. Ne. Oder vertue ich mich gerade. Ach gut, jetzt kriegt ihr auch recht viel mehr. Die haben wir bereits. Okay. Dann kann ich auch noch eins haben. Ich glaube, es gibt aber auch keine Klassen, die exakt dieselben Dinger haben. Aber zumindest, dass sie so ein bisschen miteinander verstehen. Okay. Wir machen auch gerade Geld ohne Ende, ey. Ich bin fertig. Ohne Ende. Dann holt uns alle noch mal ein bisschen Geld rein. Jetzt am letzten Tag. Und dann gucken wir mal, was zum Schluss uns gesagt wird. Ich weiß nicht, dass vielleicht das Endgeld zählt. Wir haben nochmal. Ach, Lola. Lange hast du gebracht, um mal hier aufzutauchen. Ich weiß ja auch wieder eine aus Honey Pop. Hat fette Fit mit dabei gehabt. Naja. Machst du nix. Ja. Wann? 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 Wenn das jetzt heute vorbei sein sollte. Ein guter Versuch. Für die erste Runde. Auf jeden Fall. Achso. Also. Ja. Kann halt beim ersten Mal nicht alles so laufen. Finicht. Nice. Mehr Money. Symphony ist echt die beste. So. Lillian ist das auch. So. Holen uns alle noch mal ein bisschen Geld rein bis heute Abend. Du überhaupt noch dabei bist. Es ist echt glücklich schätzen. Hier könnte man alles machen. Extra einen, der sich quasi nur darum kümmert. Den hätte man dann zum Beispiel den geben können. Den hätte man dann hier geben können. Dass der schneller shoppt. Unten braucht man echt einen. Dann muss man quasi dafür abstempeln. Das kann man machen. Muss man aber nicht, finde ich. Kann man, tja. Kann man, tja. Kann man machen halt. Wenn man die, glaube ich, schnell von 1 auf 5 hochballern kann. Aber sonst. Da sind schon solche Sachen zum Beispiel wichtiger. Weil mir jetzt auch nichts mitbringt. So. Bringen wir alle, wie gesagt, noch was Geld nach Haus. Dafür wird nachher das Geld, was man gesamt gemacht hat, gezählt. Das, ähm, was man noch dabei hat. Das wäre dann doof. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Hier geht nichts. Nichts anderes. Nichts anderes. Nichts anderes. Ja. Ich glaube, das ist der letzte Tag. Ich habe sogar in den falschen Laden geschickt. Ja, ich gehe. Ja, ich gehe. Ja, ich gehe. Oh, die spricht so scheiße. Entschuldigung. Aber ist einfach so. Die spricht total scheiße. Ja, ich gehe. Nein. Komm, Leute. Ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch. Ja. Man kann es so nennen. Man kann es auch anders nennen. Ah. Mit Style habe ich collected. Krass. Und ich frage, was wie gerechnet wird. Wir finden wir am beliebten. Das war total zu drüber, weil ich finde die ganze Zeit logischerweise Fans erstmal geholt hat. Was hätte auch nicht sein müssen. Aber wenn du erstmal ein paar Fans hast, kannst du die halt auch alle direkt Geld machen lassen. Dann kriegen wir die Hälfte quasi noch dabei. Dann hätten wir mehr skillen können, ne. Dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr gekriegt. Dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr gekriegt. Parent Girl. Ihr seht doch da oben 7.000 Fans. Sich verarschen. Da oben steht es doch. Ne. Oder kriege ich nur Bronze. Bronze Schniedelwutz. Yes. Bronze Schniedelwutz. Huh. 100.000 kriegst du Diamant. Eieieieiei. Boah. Boah. 100.000. Ich bin jetzt die Hälfte gekriegt pro Durchgang. Also 50. Das heißt, die Fans sind wichtig. Das heißt. Ah. Schwierig. Wir haben auch schon so nicht viel Geld gehabt. Etwa lässt man die wirklich die ganze Zeit Geld machen. Und holt sich dann diese 50% Bonus quasi mit. Boah. Schwierig. Und dann. Und dann. Geht man sich dann quasi hoch. Geht man wirklich voll auf Ferse. Setzt dann vielleicht ein für Geld ab. Und. Arsch lecken. Ah. Es ist schwierig. Müssen wir alles mal ausprobieren. Gucken wir mal was mit den Tokens. Ob wir mit diesen. Ach. Tokens anfangen können. So. Jetzt gehen wir mal gucken. Ob wir denn. noch was freischalten können. Äh. Tiffany natürlich. Cool. Outfits. Yuuuuh. cleaning but that big mess. cornet. Im richtigen braun. Ich kann das machen. Besonders. Dieemon photographers kann ja so nicht. 可以 tun. Gehten Promote dibuj. zum beispiel kurzer fang kriegt versauerte bildchen danach wenn die wort durch ihre standard frisur ganz klar eine frage ist gut finde ich so gut glaubt ihr war ein bisschen anders bei honey pop oder vielleicht genauso da würde ich wäre schon etwas freiziger geben wie man will das ist meins ist das ist egal es müsste für mich selber entscheiden ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen dass sie so lange durchgehalten habt und ich hoffe ihr seid auch beim nächsten wieder dabei wenn es heißt keine ahnung was für was ich aussucht von dachshunds über über speedrunners ist mir egal worauf wir gerade lust habt freue mich auf jeden fall wieder wenn ihr einschaltet bis zum nächsten mal haut rein